Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Cointrend, wir wollen heute mal wieder über die Märkte gucken, es ist auch schon wieder Donnerstag, sorry, ja, war meine Schuld letztendlich die letzten Tage, dass es kein Video gab, in den nächsten Tagen soll es auf jeden Fall besser werden, aber wir wollen über die Kurse gucken, Bitcoin tut sich ja im Moment allgemein nicht so viel, gerade in diesem Moment, wo ich aufnehme, tut sich etwas, ich bin auch gerade schon in eine kleine Long Position gegangen, aber im kurzfristigen Zeitrahmen, da wird es natürlich gleich noch ein bisschen interessanter, wenn wir uns das angucken, ich habe heute mal die Coin zu Dollar Paare mitgebracht, also Ethereum, Litecoin und der letzte ist dann zu klein dafür, aber das wollen wir uns natürlich auch anschauen. Angefangen bei Bitcoin, ich habe es gerade erwähnt, gerade tut sich etwas, wo man so sagen muss, richtig viel tut sich so allgemein nicht, wir haben immer mal so kurze Bewegungen, wo es dann wirklich mal sich was tut, ansonsten nur seitwärts, immer klein auf und abwärts. Ach ja, im Moment macht nicht wirklich viel Spaß, ich nehme mal kurz die Bänder raus, damit ihr das ein bisschen besser seht, was allerdings eindeutig ist, dafür scrolle ich mal ein bisschen raus, wir haben eine gute Trendlinie, das seht ihr hier, angefangen am 8. September war das, da waren wir 6.100 und von da an ging es jetzt immer weiter nach oben, die Trendlinie hier, muss ich dazu sagen, ist mal eine, ja, die so ein paar kleinere Übertretungen hat, deswegen nehme ich die nicht wirklich auf den Satoshi genau, aber trotzdem als Anhaltspunkt hat es auch hier wieder sehr gut getan, am 3. Oktober sind wir hier drauf gekommen, haben gehalten, dann gestern müsste das gewesen sein, wenn ich mich nicht irre, auch nochmal und sind von da aus dann wieder nach oben. Das ist wieder so ein Punkt, an der Trendlinie an sich ist halt der beste Punkt, wo man dann halt eine Kaufposition oder Longposition eingehen kann, weil man kurz darunter halt einen Stop setzen kann. Dadurch, dass die Trendlinie jetzt hier nicht ganz, wie gesagt, 100% genau ist, muss man ein bisschen Abstand dazu lassen. Nichtsdestotrotz ist es eher an einem Punkt, wo man halt Long geht oder kauft, wo natürlich der Support ist, anstatt das Gegenteil zu machen, das Gegenteil wäre eher wieder angebracht, wenn wir uns hier oben das Ganze angucken, das war der Bereich, den habe ich jetzt auch schon ein bisschen länger markiert, den hatten wir hier als Support-Bereich noch so Ende September, Anfang Oktober. Der ist jetzt natürlich Widerstand, wenn wir von unten aus wieder kommen, aber auch da tun wir uns gerade in diesem Moment recht gut. Man muss natürlich sagen, dass wir gerade mal so ein paar Dollar drüber sind, also es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber wir tun uns zumindest gut an der Stelle. Und was für mich ein wichtiger Punkt ist, und dafür gehen wir hier im 4-Stunden-Chart mal wieder auf die Bollinger-Bänder, wenn wir mit der Kerze hier, ihr seht das 4-Stunden-Chart, wie gesagt, die hat noch 1 Stunde 48 Minuten in meinem Video vor sich. Wenn die wirklich schließen kann über dem grünen Bollinger-Band hier, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt für mich, wie gesagt, ich bin schon den Long eingegangen, aber auch nur 10 Dollar weiter unten, sodass ich das Stop dann natürlich auch nachziehen kann. Aber wenn hier die Kerze in überhalb des grünen Bollinger-Bandes schließt, wäre das für mich der nächste Punkt und eigentlich der Punkt, wo ich dann die Bestätigung habe für den Weg nach oben. Wie gesagt, wenn es hier drüber schließt, da kann ich dann nämlich eine gute Position eingehen mit einer guten Chance und den Stop relativ nahe setzen. Aller, aller spätestens würde man den Stop dann unterhalb von diesem Seitwärtsbereich setzen, also 6520 in dem Fall. Da wäre dann schon, ja, da wäre man dann schon eigentlich schon ein ganz schönes Stück weiter, als es sein muss. Aber wie gesagt, für den Moment kurzfristig sieht es erstmal sehr gut aus. Also wenn wir ein bisschen weiter rauszoomen, wir bleiben aber mal im 4-Stunden-Chart. Man sieht das nicht ganz so gut, wir versuchen mal den 12er, vielleicht sieht man es da etwas besser. Nehmen wir mal die Bänder wieder mit raus. Ihr seht jetzt hier diese Formation, wir haben das Dreieck, oben ist die Begrenzung, sehen wir da durch die Widerstandslinie. Von unten sehen wir den Support durch die Trendlinie. Und wir gehen immer weiter in das Ende von diesem Dreieck hinein und dann seht ihr schon meine beiden Pfeile hier. Da ist es dann wirklich immer wieder so, dass wir darauf achten müssen, in welche Richtung lösen wir diese Formation auf. Dann können wir ein bisschen mehr darauf eingehen, in welche Richtung es gehen kann. Lösen wir es nach unten hin auf, wäre die erwartete Bewegung vom Kopf hier oben bis zum Hals hier wieder angesetzt. Bei 6.500, ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wo es durchbricht, wenn überhaupt, aber das wäre jetzt ein möglicher Punkt. Dann würde man sich auf der nächsten Trendlinie wiederfinden. Das passt eigentlich ganz gut. Ihr seht das hier, das ist von diesen Tiefs, die wir hatten im Juni. Ende Juni haben wir hier bei 5.760, dann haben wir es nochmal bei 5.886. Und da wäre dann nochmal eine Berührung, sozusagen von dem, was man hier drauf projiziert, mit der Bewegung hin, würde genau zu dieser Trendlinie halt passen. Es ist ungefähr dann, wenn es hier zeitlich so trifft wie mein Pfeil, wäre das dann 11. Oktober ungefähr. Zeitlich kann man das nicht genau voraussagen. Ich habe den auch nicht nach irgendeiner bestimmten Zeit dort gesetzt. Und dann wäre es halt ungefähr 6.000 Dollar, wo man da auftreffen würde. Aber das ist natürlich nur für den Pfeil, wenn wir nach unten hin durchbrechen. Für den Moment sieht es da noch ganz gut aus, dass es nicht passieren wird. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich auch den Pfeil für die Bewegung nach oben hin angucken. Ein wichtiger Faktor, den ihr euch dann angucken solltet, ist zum Beispiel die Trendlinie zwischen diesen beiden Spitzen. Wir machen es jetzt mal hier entlang. Das ist einmal die Spitze, die wir hatten, 6.830 ungefähr. Und dann war noch eine Spitze mit 6.790. Wenn wir hier mal die Trendlinie langziehen, dann sehen wir, das wird nochmal ein wichtiger Widerstand. Wenn wir da durchkommen, ist es natürlich noch viel positiver. Ihr seht, ich habe auch noch eine kleine Trendlinie hier in einem wirklich kurzen Zwischenraum. Da, nächstes positive Signal wäre auf jeden Fall hier drüber zu kommen. 6.617 ist das. Das wäre das nächste positive Signal. Noch viel positiver wäre dieser Schritt über 6.700. Und letztendlich der Widerstand auf 6.780. Hier haben wir ja, wäre der nächste wichtige Punkt. Also da sind dann einige Punkte, über die wir noch drüber kommen müssen, wo auch wirklich Widerstand ist. Was aber mit jedem Punkt, wo wir weiterkommen, natürlich ein positives Signal wäre für die Bewegung. Wenn wir hier rausbrechen, ist dann das Mindestziel oder das vorsichtige Ziel sind 7.100. Das wäre die Trendlinie, die hier von hier oben kommt. Das ist ganz alte von übergeordnetem Punkt. Ich kann es euch ja mal zeigen. Die ist noch nicht mal so genau. Die müsste man nochmal genau nachzeichnen. Aber ihr seht es vom Punkt im März hier, vom zweiten Hochpunkt und dann nochmal von dem im Juli. Wenn ihr die beiden verbindet, dann kommen wir hier auf die Trendlinie, die jetzt erstes wichtiges Ziel dann dienen würde. Ungefähr 7.100, kann ich so sagen, von der Zahl her. Und das nächste, eigentlich noch realistische Ziel von der Auflösung der Formation her, ist dann im Bereich 7.400. Auch wieder ungefähr sehen. Könnt ihr ungefähr mit dem Hochpunkt, den wir hier beim letzten Mal hatten, gleichsetzen. Der war ja auch 7.400, 7.390 so in dem Bereich. Da könnt ihr das ungefähr gleichsetzen von der Bewegung her, vom Auflösen her nach positiv hierhin. So viel zu Bitcoin. Wir werden gleich nochmal sehen. Da ich jetzt die Dollar-Paare habe, ist das natürlich für die anderen beiden, die ich mitgebracht habe, natürlich auch sehr wichtig. Weil wir sehen jetzt hier bei Ethereum zu US-Dollar zum Beispiel, wir sehen auch so eine schöne Dreiecks-Formation. Hier sind wir genau mittig aktuell. Und müssen jetzt noch auch genauso drauf warten, wie das Ganze sich wieder auflöst. Hier, ich meine, ich habe euch gleich gerade die beiden Szenarien schon genannt. Und da sind natürlich dann wieder bei Ethereum sind ganz wichtige Punkte. Zum einen der Bestätigungspunkt für die Aufwärtsbewegung befindet sich hier auf 2000. Das ist ein bisschen viel. Da braucht ihr nicht auf die Bestätigung warten. Aber bei 236, da könnt ihr dann doch mal so nach der Bestätigung gucken. Hier drüber zu kommen, wäre ganz wichtig für einen Ausbruch als Bestätigungslinie. Ein bisschen sicherer kann man es mit 240 spielen. Da würde ich dann immer die etwas sicherere Variante empfehlen. Also hier bis 240. Da drüber zu kommen, ist dann Bestätigung. Dann geht es schon in den Bereich 254. Und als Ziel für den Ausbruch würden wir ungefähr diesen Punkt hier oben anpeilen. Das sind 200, also hier, wo wir hier vorher waren und drunter gebrochen sind. Den würde ich ungefähr anpeilen. 283, das könnte jetzt nicht so auf den Dollar genau nehmen. Da habe ich es jetzt nicht genau mir angeschaut. Also ungefähr müsste hier der Widerstandsbereich sein. 280 geht es vielleicht los. Wenn wir hier nach oben hin ausbrechen, wie gesagt, Bestätigung 240. Dann haben wir das vorsichtige Ziel, knapp über 250. Und das realistische Ziel auf 280 ungefähr. Das bei Ethereum. Ethereum zu US-Dollar. Aber auch hier müsst ihr wieder, klar, ihr müsst auf Bitcoin achten. Wenn Bitcoin nach unten durchbricht, dann wird das nach oben hin auf jeden Fall nicht passieren. Wenn wir uns nach unten orientieren müssen, da wollen wir uns natürlich auch mal schnell angucken, was wichtige Punkte wären. Zum einen würde ich dann diesen Punkt hier als wichtig erachten. Das ist ungefähr 192 Dollar. Und ja, wenn es ein bisschen kräftiger wird, was da passiert, da muss man dann darauf achten, ob zum Beispiel das Ethereum zu Bitcoin-Paar auch mitfällt. Dann kannst du natürlich schnell nochmal ein ganz schönes Stück nach unten gehen und nochmal so eine richtige Kapitulation geben. Dann haben wir ja den Bereich 150 ungefähr. Da müsst ihr da also dann auf diesen Bereich achten. Da würde ich aber auch sagen, das müssen wir uns dann nochmal ein bisschen genauer angucken, weil Durchbruch nach unten müsste dann auch bestätigen, unter 205, unter 206 müsste für die Bestätigung das Ganze dann auch da fallen. Das würde ich mir aber dann, wie gesagt, nochmal in dem Zusammenhang angucken. Bitcoin tut sich nicht ganz so viel, kann sein, dass es noch bis Ende der Woche, bis sogar übernächste Woche dauern kann, bis wirklich eine Entscheidung fällt, was Bitcoin angeht. Wir können aber jetzt schon mal diese Bereiche hier antizipieren und möglicherweise geben uns dann die Altcoins schon den Hinweis darauf, wo es mit Bitcoin hingehen wird. Wir haben hier Litecoin an der Stelle auch noch. Das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Es ist ein Trade, den ich schon seit ein paar Tagen anvisiert habe. Ihr seht es vom Anfang des Files, da waren wir noch hier oben, wieder den Support-Bereich um 56 Dollar hier angepeilt. Ihr seht das mal, wie viel hier seitwärts immer bewegt wurde in Litecoin. Und so hatten wir es jetzt auch am dritten, also das muss ja dann gestern gewesen sein, haben wir 56,55 Dollar. Also ganz gut in den Bereich reingeschafft. Es ist ein wichtiger Support-Bereich. Wir haben ihn jetzt einmal getestet. Das ist jetzt noch nicht so, dass wir extrem stark nach oben darauf reagiert haben. Das ergibt natürlich ein bisschen Vorsicht. Aber dennoch ist es hier ein ganz interessanter Bereich, der Support-Bereich. 56 Dollar ungefähr. Auch mit der ersten Bewegung nach oben würde ich dann schon das Stop so langsam nachziehen. Also bei mir, wenn ihr natürlich noch nicht drin seid, dann kann man es natürlich nicht nachziehen. Aber dann könnte man so in den Bereich 55 Dollar anpeilen, was den Stop angeht für die Käufe hier so in den Bereich 56, 57 Dollar. Und wenn wir dann die Bestätigung von Bitcoin nach oben hinbekommen, ist das Ziel, was wir mit Litecoin haben, das große Ziel, sage ich mal, sind dann die 74 Dollar, die wir da oben sehen. Da können wir jetzt mal gucken, wo wir die Zwischenwiderstände dann haben. Den Bereich müssen wir uns auf jeden Fall dann angucken. Das sind schätzungsweise 62 Dollar. Da müsste man natürlich gucken, wann man auf diese Trendlinie hier trifft. Das sind einfach die Höhepunkte vom 5. September und vom 28. September verbunden. Da ungefähr schauen. Wie gesagt, schätzungsweise sind das jetzt 63, 62 Dollar so in dem Bereich. Wenn es hier weiter nach oben geht, das wäre dann ein wichtiger Widerstand für uns. Zur Bestätigung, wenn wir uns das jetzt hier auch im Seitwärtsbereich angucken, ist auch dieser 61 Dollar Bereich. Sehr wichtig, das heißt, da sehen wir dann auch wieder, dass mehrere wichtige Widerstandsbereiche zusammenkommen. Da können wir einfach mal hier die Linie mit reinmachen. Das heißt, von hier aus nach oben gehend ist dieser Widerstandsbereich nochmal sehr wichtig mit den 61 Dollar für die Bestätigung mit dem zweiten Widerstand auf 62. Aber letztendlich, wenn Bitcoin nach oben ausbrechen sollte, dann denke ich auch, dass die beiden Bereiche kein Problem werden für Litecoin. Und wie gesagt, wir uns dann eher so, ihr seht es hier nochmal aus der Vergangenheit, den Bereich um die 75 Dollar, 74 Dollar ein bisschen drunter haben, wo wir dann den Widerstand, das war hier vorher Support. Jetzt wäre das dann natürlich Widerstand. Deswegen genau schauen wir uns den Bereich dort an. Nach unten hin, da traue ich mich eigentlich gar nicht zu gucken, wichtiger Punkt nach unten hin sind 54,60 Dollar, sehen wir hier. Ich habe den Coinbase übrigens, den Coinbase-Chart dafür. Da haben wir hier einen wichtigen Punkt, 54, so ungefähr. Ja, sollte es wirklich nach unten hin ausbrechen, müsste man da nochmal ein bisschen genauer gucken. Da kommt man schon so ein bisschen ins Grün, was Litecoin angeht. Ich glaube allerdings, ja, ich bezweifle eigentlich eher, dass wir hier wirklich so unter 45 Dollar gehen sollten. Schauen wir uns zur gegebenen Zeit an, das hängt einfach von der Bitcoin-Bewegung ab, dann können wir erst wirklich mehr dazu sagen. Jetzt haben wir einen, der nicht zum Dollar-Paar ist, weil es da einfach nicht so gut geht. Tomochain. Für mich, ja, allgemein sehr interessantes Projekt und ich habe jetzt letztens nachgeguckt, wo ich bei uns in der Gruppe drüber gesprochen habe, den zu kaufen. Da war er bei 3.307 Satoshi, ich habe extra mal nachgeguckt und das hat ganz gut gepasst vom Einstieg her. Wir sind jetzt 80 Prozent im Plus ungefähr. Ich muss aber zum Beispiel auch dazu sagen, dass die Position, die ich hier eingenommen habe, noch nicht so groß war, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich habe es noch ein bisschen länger erwartet. Tomochain ging jetzt hier schon ganz schön ab und wird jetzt hier auf den Widerstandsbereich um 6.300, ihr seht es in der Spitze, 6.800 treffen, was ein sehr wichtiger Widerstand sein wird. Und da muss man auch wirklich erst mal dann durchbrechen. Und dann kommt nämlich der nächste, kommt erst bei 9.000 und, ja, sagen wir 9.500, 9.400. Da wäre dann erst wirklich der nächste größere Widerstandsbereich. Tomochain an sich sieht erst mal sehr gut aus, würde jetzt hier aber warten für, ja, dass nochmal ein Dip kommt. Dann die Marktsituation überprüfen, ob man sich noch in einem Aufwärtstrend befindet. Und dann könnte man halt hier noch einsteigen für eine weitere mittelfristige Position. Da auf jeden Fall, was mittelfristig, langfristig angeht, Tomochain auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten mit, ja, dabei. Es soll es dann auch schon soweit gewesen sein vom Cointrend heute. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine wunderschöne Woche. Ihr schafft es bald ins Wochenende und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.